Ja Leute, ich bin's hier, euer Impact Rider wieder, am Start mit Ultimate Ninja Storm Generations Online, Online Ranked Battles, oder wie man immer sagen will. Und, ja, wie ihr vorher schon gesehen habt, ich hab endlich meine Mille. Zusätzlich habe ich einen neuen Lieblingscharakter entdeckt, nein. Hidan wird jetzt einfach so ein bisschen der, der meistgewählte sein. Ja. Ninja of Moonlight. Wenige Punkte als wir, aber das heißt noch lange nichts. Ah, kacke. Idiot, baggerunen. Hm. Was ist das? Das war's für heute. Dann so hätt's erwischt. Mann, warum mach ich immer das Jutsu? Okay, ja, nicht gerade Haushoch gewonnen, aber doch deutlich irgendwie. Was ist das? Jashin-sama ist auch so gut. Ja Leute, da bin ich wieder mit einem neuen Gegner. Imperm-irgendwas. Imperm-Z oder sowas. Äh, ja, der nächste Charakter kommt, nein, das nehme ich immer wieder an. So. Mal Jugo und Karin hier als Blocker. Ja, ich habe jetzt ein bisschen das Dingens, dass ich immer Blocker reinnehme. Ja, man kann nicht sagen, dass man ohne Blocker nicht mehr vom Fleck kommt, aber es wird sehr schwierig, Punkte zu machen. Mit anderen Worten, man darf fast immer Rage quitten, wenn man keine Punkte verlieren will. Weil ja, hier auch wieder ein Blocker und da wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Ja, Imperm-ZM. Okay, jetzt habe ich ein bisschen viel gedasht. Ah, fuck. Gibt's nicht. Warum laufe ich irgendwie so beschissene Sachen rein? Hm, jetzt wollte ich doch aufsprengen. Jawoll! WAP! Oh, okay, das ist so kam jetzt wirklich. Komm schon, renn dich da vorn, du Arsch. Ja, ja, jetzt, hä? Das geh nicht. Schon, bisschen Chakra laden hier. Oh, ich hätt's da blocken können, aber es erzählen mich. Ja, ich spür's, wenn du jetzt in den Susano-Modus gehst. Wow, ich kicke den Strike Back. Jawoll. Geht doch. Man muss nur ein bisschen überwältigend spielen. Und mit Blocker. Oder so ähnlich. Gekwunu. Nein, gewonnen. So. Zurück zum Online-Kampfmenü. Ja Leute, hier bin ich wieder und ich spiele gegen Dario Bad. Ja. Würde ich so sagen. Ist... Hat leider nur zwei Striche. Also, ja. Wenn man so sagen will. Ich nehme wieder mal meinen lieben Kakashi. Ähm. M-m-m-m-m. Ja, er hat nicht so viele Punkte wie wir. Oh, toll. Pain als Blocker. Nein, jetzt habe ich keinen Blocker mehr. Egal. Wahrscheinlich werde ich jetzt losen. Wieder mal. Ja. Oh, wie kennen wir. Okay, also so einen schlimmen Spammer habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Jetzt kommt dann Pain. So. Ja, komm so. Was gesehen. Das ist gefährlich. Woah. Woa. conviction. Und execution. Das habe ich jetzt total nicht gesehen. Jaaa. Komm. Fick! Da gewonnen. Jaaaa. plugs. Ja Ja, ja Alter, wenn ich jetzt verloren hätte, ey, jetzt hab ich mich total aufgeregt Der kann ja gar nichts Naja, ein typischer Rassinger, ey Aber Sinnringon-Spammer mit dem Erwachenlust noch dazu Totale Loser Ja Aber ich hab Ekkakashi gewonnen Ja, Leute, da bin ich wieder mit einem übermächtigen Gegner Wahrscheinlich Einfach etwa achtmal mehr als ich Darum muss ich jetzt einen sehr, sehr starken Charakter nehmen Nein, ich nehm ihn dann so Ich hoffe jetzt nicht, dass er überpowered ist Sonst weiß ich nicht richtig, was an dem er überpowered ist Außer der Tilt, dass man den Tilt-Move spammen könnte Aber so verglischt wie Orochimaru sind seine Moves, glaub ich nicht Ja Ja, toll, 5k genauten Nein, ist nicht OP, nee, hä Und dann noch Pain, ey Naja, egal Scheiß drauf Ja, das war klar Das war auch klar Alter, was ist das? Spam nicht den Scheiß-Grab Alter Ja, komm, das ist ein Pain Ja, komm, das ist ein Pain Mann, jetzt bin ich mal am Zug Alter, was ist das, ey Ja, komm, das ist das, ey Ja, komm, das ist das, ey Ja, Leute Neuer Gegner hier Keine Sücke oder irgendwie sowas Hm Ja Und ich nehme mal wieder Mit Hitachi Ja, ich könnte auch noch Pain nehmen Tue ich aber nicht Oh, Mann Ich schwör's dir Einfach nicht, Konoha Ich hasse die Stage Danke Okay, die ist auch nicht grad viel größer Oh Ey, ich glaub's nicht PTS-Gara und Beschissen-Blocker, ey Dass man zwar Gara überhaupt zweimal nehmen kann So ein Scheiß, ey Ja, war ja klar Okay, PTS-Gara wird schon mal flöten Na, ich charisma Nein, ich darf es nur Einiger IchН học Gara 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 So, das wär's dann gewesen. So. So, das war's halt nicht mit dem Monat. So, das war's halt nicht mit dem Online-Ranked-Battles für jetzt. Ich hab einmal verloren gegen einen OP-Charakter, egal, scheißegal, kann passieren. Ich fällt einfach schlechter. Na, egal. Ähm, ja, ich hoffe, es hat's gefallen und tschüss, Zama, euer PickRider, bis zum nächsten Mal. Juhu.